so hallo da ist der pokeluka und der pokémon wieder im norther tor auf einen der massagestühle und der luca hat wieder zwei booster sonne und mond teams den trumpf bekommen so reichen wir mal den online code genau und vier von hinten nach vorne der kartentrick zeig es mal was du hast wahrscheinlich hat er wieder das padlock zur superkarte alola geovatz und was haben wir davor ein galoppa reverse holo jetzt der anderen da ist schon ein superpult oder mensch hat ja leute ich bin morgen in bremen klinikum mitte ich muss zum augen ärztlichen gutachten und da werde ich in bremen wahrscheinlich auch ein paar booster öffnen so zeig es mal was du da hast prisma karte wundersamen labyrinth und zeig mal einmal das nido king non-holo als rare karte und der superpult aus diesen beiden boostern war eigentlich das wundersamen labyrinth als prisma karte ja leute schön dass ihr das video gesehen habt ich hoffe ich schalte morgen auch wieder rein morgen sende ich ein video aus bremen bis zum nächsten video lasst ein like da und abonniert empfehlen uns weiter jawohl